mein lieben jigsaw jünger sagt mir ganz recht herzlich willkommen und guten tag wir waren das letztes mal hier haben den kleinen ja eigentlich hier so ein bisschen untersucht aber ich denke mal wir haben jetzt hier nur kleine zahnräder und ich weiß gar nicht wie man da wechselt ob man nur noch große braucht das sieht aber so aus als würde man das noch irgendwie brauchen wir werden uns jetzt immer irgendwie rente eine puppe der brett eine puppe okay alles schön beleuchtet hier nur finde ich gut etwas romantisches an sich so okay ich schnauze ich musste mal gucken wie soll ich das machen ich habe gibt es für jede mülleimer dann noch ein kleines zahnrad oder so weil wir haben kein zahnrad nicht weiter was auch nicht wenn wir nicht wie einfach abhauen ich will einfach abhauen hier schnauze so es ist ja noch irgendwas hier was in den stadt 0 einmal vielleicht noch immer ist drin was wir gebrauchen können hier alles hier alles hier aber ja nur ein zahnrad kann ich glaube ich nicht viel machen ich weiß nicht dass es irgendwie gett ist oder wie ich das nicht hat er nicht die ist mir ein bisschen offen sind ich muss aber irgendwie diese verkackten wunderschönen zahnräder ändern können ein sein glaube ich kann viele machen okay ein bisschen sorgen kann ich verstehen so war ja nun das ist zu machen dann machst du nichts dran ich drücke jetzt mal hier im pack A okay die Leute das macht Sinn in der Welt kriegt ein bisschen Schiss aber das ist die Schnauze mit dem das ist glaube ich funktioniert okay wir müssen mit dem mal weg warte mal wo wir weg na okay so 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 dann kann ich dann die Größe ändern okay so gehen wir da rein das ist schon mal gut das sieht gut aus so dann nehmen wir den noch perfekt so okay halt die Fresse jetzt ich muss mich hier konzentrieren nur so das sieht auch gut aus okay ich meine wir das nicht schaffen aber jetzt weiß ich auf jeden Fall wie das Prinzip funktioniert denn ne ich hab immer ein Problem wenn ich das Prinzip nicht verstehe so dann mh 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 Das kleine. Aber hier dreht sich irgendwie gar nichts. So, wir müssen mal hier nochmal den Moment über entfernen. Entfernen war X. Okay, dann gehen wir mal weg. Flup. So, machen wir mal hier. So, genau. Alter, du memmst mir hier ein bisschen zu viel ab, Alter. Das geht hier irgendwie gar nicht. Das geht auch nicht. Okay, das kann so nicht funktionieren. Okay. Das ist ja eigentlich ruhig, Brauner. Es ist Jamstach hier. Wir wollen unterhalten werden. Nicht von so einem Membruder hier abgepläert werden. Das geht, glaube ich, auch nicht. Okay, ich glaube, wir müssen noch ein paar Jahre haben. Gut, ich habe zumindest das Prinzip jetzt verstanden. Das ist schon mal viel wert. So. Hurry the fuck up. Alter, wenn du hier beleidigst, den Christen Gallicke, gehst du mir aus dem Maul. So, das kann also nicht funktionieren. Schnauze. Hey, der dreht sich, aber der kann sich so nicht funktionieren. Ja, ja. Alter, ist eine Schürfwunde. Damit gehe ich da nicht mal zum Doktor, du Penner. Meine Jault hier rum, wie nix gut ist. So, wieder leise rieselt das Blut. Das tut uns allen so gut, weil es ist Samstag und Wochenende und überhaupt und sowieso, ne? So. Ja, ja, schalten Sie am Ende im Kragen aus und gehen Sie uns den Weg und Gnade hier im Fehlernplatz. Gnade, ja, Gnade, kennt diese Spiel nicht. Auch mit mir nicht, ne? So, haben wir es schon gehabt hier, ne? Wuppdi wuppdi, macht die Scheiße weg. Wir hatten das schon. So, genau. Jetzt gehen wir hier mal der reine, ne? Ich glaube, wir müssen da anfangen. Kann das sein? Genau, hier. Ich habe mich schon wieder packt. So, jetzt mal ganz kurz gucken hier. So, da müssen wir, glaube ich, mal hier so gehen. Dann mal... Fuck, den Schnauze jetzt hier! Oh, der ist, glaube ich, schon ein bisschen tiefer. Jetzt kann das sein. So, Moment. Moment. Gnade, das ist der. Oder gehen. Zin. Zin. Fucking Schnauze, Alter. So. Zin. 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 Wupp. Wupp. Okay. Okay, da geht er wieder hoch. Das ist prima. Das ist, finde ich, gut. So, nehmen wir den Mann. Bitte sehr. So, das war ganz, ganz schön tricky, das hier. Moment. Jetzt mal ganz kurz gucken. Alter, wenn du jetzt hier weiterhin... Wir gehen von unten. Irritiert mich das alles. Ihr wisst ja, unter Druck bin ich am schlechtesten. Oder am besten. Ich weiß es nicht. Komm jetzt hier da. Moment. So. Pum. Schnauze. So, nehmen. Ja, das wollte ich da reinsetzen. Super. Dann nehmen wir mal hier. Äh. Ein kleines. So. Okay, wenn wir hier durch wollen, müssen wir aber hier ein großes machen. Aber das hat keine Sinn. Das hat keinen 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 Sinn. Das hat alles keinen Sinn. Hat alles keinen Sinn. So. Was machen wir denn? Dann gehen wir doch von da. Moment. Fucking Schnauze. So, das sieht doch ganz gut aus. So. Zusammen. Hier nehmen wir ein großes. Wieso geht das nicht? Ich würde doch, das geht jetzt. Fucking Schnauze, du Penner. Moment. Jetzt nehmen wir mal. So, nehmen wir mal hier. Ich würde mal ein bisschen größeres nehmen. Das geht auch noch. Ich würde mal ein kleines nehmen. Geht auch nicht. So, nehmen wir das mal wieder weg. So, nehmen wir das nochmal einen rein. Oder nehmen wir hier nochmal einen rein. Und hier nehmen wir dann jetzt mal ein mittleres. Okay, das finde ich gut. Und hier. Fuck, da können wir kein großes machen, ne? Das geht nicht. Geht mich aus hier! Alter. Ich würde mal ein bisschen empfehlen. So. Zusammen, zusammen. So, hier, dann war ich noch ein Schnauze. Okay. Mein lieben Leute, das kann sich noch um Stunden handeln. Ihr wisst das, ihr kennt mich. Ich mache auf jeden Fall noch einen direkt im Anschluss. So. Mhm. Komm. Leise rieselt das Blut. Das kennen wir schon. Tut uns allen so gut. Weil es ist Wochenend und Sonnenschein. Und dann mit Gabi ganz allein. Lalalala. Ich glaube, das ist aus dem Otto, ne? Ich meine, das liegt natürlich nicht. Aber die Gabi, die hat sich da eingeschlichen. So. Komm hier mal weg den Scheiß. Wir wollen in Medias Ries gehen. In die Mitte der Dinge. So, bitte sehr. Okay. So, das war, glaube ich, gar nicht so schwer. Ich meine, äh. So, nochmal nochmal. Mal nochmal. Schnauze. So. So, dann machen wir da. Mal nochmal. Großen hin. Dann machen wir da mal. Mal nochmal. Mal nochmal. Du hältst jetzt sofort an die Maul. Das hau ich dir. Noch hier nicht weiter. Ganz einfach. Glück ist das so. Na, geht da wieder einen hoch. Das ist natürlich nicht sonderlich viel. So, nehmen wir mal den hier. So, nehmen wir mal den. So, nehmen wir mal den. Komm, wieso komme ich da jetzt nicht dran? Wie die Leute? Wieso kommen dann hier mal den anderen? Oh. Da geht's auch schon wieder runter, ne? Super. So, das war der Kollege. Okay, mit dem. Fucking Schnauze. So, könnte niemand groß sein. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Dann gehen wir hier mal rüber. Nehmen wir den. Das finde ich auch in Ordnung. Komm, wir können vielleicht nur die Seite hier rin gehen. Alter, du gehst mir langsam ziemlich auf die Nüsse, Bengel. So. So, dann machen wir hier den. Jetzt ist es mit. So. So, okay. Okay. Die Seite geht so leider nicht. Okay. Okay. Dann müssen wir hier mal schauen. Genau. Ey, ich sagte, den machen. So, und hier im Groß. Da geht er wieder einen Hoch. Super. Das war jetzt der zweite. Wie viel müssen wir denn von dem Scheiß noch machen? Vier Stück oder? Boah, das ist ja echt krass. So, jetzt müssen wir mal hier gucken. So, Zim. Sam. Schnauze. Sam. Okay, okay, okay. Mhm, 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 mhm. So, und hier. Können wir den ganzen großen machen? Moment. Nein, das passt nicht. Das passt nicht. Gut, da müssen wir. Ja, wahrscheinlich. Dann machen wir den hier mal. Einen größeren? Das passt nicht. Wie so gut. Okay, dann machen wir mal. Harry, halt diese Faxe im Maul, du blödes Saft. Ich muss mich konzentrieren. Das ist gar nicht so leicht hier, du kleiner Pralle, Mann. Es ist so, mein Ding. So, dann machen wir hier mal noch einen kleinen. Jetzt passen Sie vielleicht der Große. Hallo. Zim. Sam. Nein, das funktioniert nicht. Hier, den Großer. Machen wir den kleinen. Schnauze! So, das geht nicht. Das geht auch nicht. Aber hier kommen wir auch nicht weiter. Okay, das wird nicht gehen. Gar nicht so, so leicht. Jetzt habe ich das. Ich habe verkeh. So. Wie kann ich den weg machen? Weg, weg. Ich will den weg haben. Okay, ich habe ganz drauf gehört. Ich habe das Schnauze. Faxe im Maul, ich will die Presse hier nie. Das hier im Moment. Im, 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 im. Entfernen. Entfernen. Entfernen mal. Come on, hurry! Okay. Und hier im Großen hin. In Großen, passt das? Könnte aber passen. Okay. Mein Lieben, Leute, Samstag heute hier das Spritzt das Blut. Beispielkenn 45. Der Mann sieht nicht mehr ganz gesund aus. Er blutet ein bisschen. Aber ich würde das immer noch als Schürfwunde betrachten wollen. Aber mich fragt keiner. Gut, dann würde ich sagen, einen machen wir auf jeden Fall noch. Und dann würde ich sagen, werde ich die Folge erstmal beenden. Und, ähm, ja, mal gucken, wie das dann hier weitergeht. Ob ich das noch hinkriege. Also, das Prinzip habe ich zumindest verstanden. Das heißt noch nicht viel, aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen. So. Mhm. Ich hätte das gerne abgebrochen. Ja, genau. Super. Perfekt. Dann können wir mit dem anfangen. Jetzt hier. Irgendwie nicht. So. Doch, doch, da. Moment. Sam. So. Okay. Der war ja gar nicht so schwer, glaube ich. Das war der. Das war der. Hier machen wir den. Dann machen wir hier. Kleine Schnauze. Komm, ja. Das erschreckt mich immer. Da bin ich voll raus. Das ist voll gemein, ey. Das ist hier nichts für schwache Nerven. So, hier. Sim. Som. So. Okay, den haben wir. Der ist auch echt ganz leicht. Ja, aber du siehst, der ist hier ziemlich schwer. Komm ich jetzt auch wieder da nicht dran. Verdammte Scheiß, wieso komm ich da nicht dran? Muss ich das denn echt nach der Reihenfolge machen? Aha. Okay, nochmal gehen. Oh Gott, schon wieder hoch. So, du hältst zum Fucken nochmal deine Schnauze. Sonst, äh, ne? Gibt's geschmiert, Kollege, ne? Das kann ich... Oh, der Bruder macht mich kirch. Mhm. Fuck. Ich hab mich verputtert. So. Man kann entfernen. 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 Hö, 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 hö. So, und da. Können wir jetzt hier einen größeren gewissen? Ja, das machen wir auch. Und hier machen wir noch einen großen. Super. Okay, Schnauze. So. Wo waren wir letztes Mal rumgekommen? Waren wir hier? Waren wir hier rumgekommen? Weiß gar nicht. Nein, stimmt, das war der falsche. So, okay. Fuckin' Schnauze. So, Moment. Zim und hier einen großen. Das müsste funktionieren. Dann haben wir es gesehen. Okay, dann können wir hier noch einen kleinen. Hier sitzen, oder? He, 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 he. Das Spiel geht jetzt gar nicht so blöd, ne? Manchmal, manchmal. So, der ist jetzt an. Der ist, glaube ich, auch an. So. Okay. So, okay. Oh Gott. Schnauze. Zim. Okay. Äh, 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 äh. So. Komm schon, hurry! Naja, das geht natürlich nicht. Okay. Äh, den wollte ich ja nicht hinsetzen. So. Hinsetzen. So. Please, hurry! Okay. Das geht also auch nicht. Doch, das war doch okay. Das war okay. So, dann. Äh, setzt den noch. Boah, das macht mich ein bisschen kirre, liebe Leute. Ich finde den, äh, so. Oh, okay. Dann machen wir hier noch einen kleinen. Dann können wir den jetzt hier in den Großen. Schnauze! Okay, das geht so nicht. Dann müssen wir hier wahrscheinlich in den Großen. Geht auch nicht. Und doch, das könnte aber gehen. Nein, das kann nicht gehen. Sam. Sam. Okay. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Müssen wir hier echt einmal rum, liebe Leute. Das ist aber grausam. Sam. Halt, die Harry, die fallen mir in die Schnauze. Okay, das funktioniert. Das sieht gut aus. Nein! Komm hier. Sam. Müssen wir jetzt. Die müssen wir jetzt. Kommt das nicht mehr so wieder. In den Großen. Nein, das geht nicht mehr. So, dann müssen wir quasi die hier rum. Sam. 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 Das geht nicht. Verdammte Scheiße, aber es geht nicht. Schau die Scheiße! Meine lieben Leute, mit diesen wunderschönen, romantischen Bildern, ne, würde ich, ich sage, ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende und, ja, mal gucken. Ich bin da, ehrlich gesagt, ein bisschen beratlos, was ich da so machen soll. Also, den vierten haben wir noch nicht geschafft. Den dritten haben wir, glaube ich, hingekriegt, ne? Wie dem auch sei. Liebe Leute, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibe, wie gehabt, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Liebe Leute, mit diesen Bildern halte ich meine Fresse und, na, verbleibe ich hier schon mal. Stop it, please. Blam, 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 blam. Und tschüssi, Kowski. Blam, 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 blam. Blam, 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 blam. Blam, 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 blam. Bl sagaauf PROFST Untertitelung des ZDF, 2020